Ey, mir sagt mal gerade, Kontaktmann, dass wir hier... hier soll's sein. Fahr mal ran, fahr mal ran, fahr mal ran. Hier soll's sein? Ja, raus. Hier in dem Waldstück soll das sein? Ja. Was hat dein Kontaktmann genau gesagt? Im Busch. In welchem Busch? Rechts. Was ist das hier? Also hier soll jetzt diese Wählerwanderung stattgefunden haben. Hallo? Die sind meist irgendwo, wo man sie nicht vermutet. Vielleicht trifft sich hier auch nur die Parteispitze und die Wähler sind ganz woanders hingewandert. Das weißt du ja gar nicht so genau am Ende. Ich guck mal nochmal in die andere Seite. Ich glaube nicht, dass wir was suchen hier überhaupt. Die Wähler von der AfD, die sind... die wandern irgendwo hin, ich weiß nicht wo. Am rechten Rand wurde mir gesagt. Hier ist der rechte Rand. Es sind keine zu finden. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Okay. Da gehen wir hin. Da, komm. Da gehen wir hin. Da, komm. Ja. Hier ist sehr dunkel. Hier riecht es nach Kot. Ja. Sink vielleicht einfach ein Wanderlied. Das Wander nicht in Höhe. Das Wander nicht in Höhe. Das Wander nicht in Höhe. Jaaaaahhhhhh! Das Wander nicht drückt nicht.